hau di liebe zuschauer und zuschauerinnen herzlich willkommen auf meinem youtube kanal in deiner chance auf der suche nach meinem abenteuer mein name ist justus kündig bekannt an der chance namen bei katamerika der justus kündig abenteuer youtube aus wirdburg und ich bin hier in bundland city hier in bayern denn heute ist offen durch eine camperausstellung und hier habe ich die camperausstellung gefilmt und alles durchgelaufen und die shows und hier haben sie hochgemacht hier wird auch mit kai meyer ferspiel gemacht naja ihr wollt ja wissen wie kannst du hier drin sein ist es nicht noch zu viel abgebrannt ist nein es sind nur ein paar stellen da vorne abgebrannt also anders steht noch ein bisschen eine camperausstellung und deswegen sagen eintritt umsonst da kann man ja ganz die camperaus angucken darum ist eintritt umsonst und ab Ende des monats beginnt die saison erst und hier machen sie aufstellungen um kai meyer festspielen oder was kai meyer ist das winitou und ojadan how do you how do you how do you here draußen also laufen wir wieder rum in buchmann city und dann ist wo peng 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 der stadt der körper ist weswegen ein bissl körperer zertier buch der western und madis gründen ich hoffe es ist ein körper gut yes Wir sehen uns im nächsten Mal. Also dann viel Spaß beim Zuschauen, jetzt bleibt Video in Action! Und weg! So ja, liebe Zuschauer, hau die hellrauch! Das war's wieder von diesem Abenteuerbietzug hier von Pullman City in Bayern. Diese Camper-Ausstellung hier. Dieses Ding. Ich hoffe euch stört die Musik im Grunde nicht. Aber die Kulisse ist cool. Also die Camper sind cool. Die Ausstellung war cool. Oder die Messe. Also bedanke mich für's Zuschauer einschalten. Herzlich willkommen! Ich wünsche euch allen einen schönen guten Start in drei Wochen. Die Morgen beginnt Montag. Ich bin noch bis Samstag im Grün-Baischenwald. Oder sieben Tage, sieben weg dann. Im Baischenwald. Bodenmais. Beim Drei-Stern-Hotel. Aktiv-Hotel. Das war aber... Yes! Beste Leben! Oh yeah! Also wenn euch das Video gefallen hat, liken, Knaum hoch machen. Und den Kanal abonnieren. Mein YouTube-Kanal. Die hat ja schon auf der Suche nach meinen Abenteuerern. Wenn ihr bestimmte Videos sehen wollt, hab ich Playliste aufgeräumt. Die Glocke vergesst nicht zu aktivieren. Dann, wenn ihr benachrichtigt, dass das Video online ist. Oder wenn ich live gehe. Und... Wenn ich, ähm... Ja... Ihr könnt einen Kommentar schreiben. Oder mich persönlich auf Benachrichten. Instagram, TikTok. Instagram-Name. In deiner Jones-Dame. Instagram-Name. 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 Also goodbye! Howdy. Ho! Ja, Junior-Ranger. Oder... Der Cowboy ist da draußen. Von klein bis groß. Für Erwachsene und für Kinder ist das echt hier toll. Gut. Also... Es ist hier offen. Wir sind am Beginn, dann ist es offen. Jetzt viele Tore Schuss und sowas. Cool. Just das One-Out. Game-Over. Schluss heute. Und Cut. Abbruch bleiben. Damn! Da draußen. Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen. hier. Auf meinem YouTube-Kanal. In deiner Chance auf der Suche nach Neuen Abendräumen. Mein Name ist das König. Ihr könnt euch ja mal zusammen sagen. Ich glaube, der Merkel ist das König, der Abenddauer. Der YouTuber aus Ritzburg. Und wir sind jetzt hier in Brühlmann City. Bayern. Die Westernstadt. Und jetzt schauen wir uns das an. Ich wünsche euch nicht besser zuschauen. Langes Einschauen. Let's Play Video. Es ist sehr viel los hier. Es ist sehr gut. Es ist sehr viel los. Let's Play. Wir suchen jetzt die Cowboys und Giannas. Und ich brauche ein Outfit, für uns mal zu kriegen. Und dann schauen sie sich in den Cowboys und ein Cowboys-Outfit. Also Let's Play Video. Bam! Puh!